Teamfight Tactics Ghostbrew Mystic macht ernst und will 7 Herausforderungen und 4 Matches zeigen wer der Boss ist. Newseule.de präsentiert ab 13.03.20 Uhr diesen Wettkampf im beliebten Autoschutzmodus von League of Legends. Mr. News eine gute Balls Alle Herausforderer, die besser als absteigen, gewinnen einen Preis. Seid ab 13.03.20 Uhr live dabei und erlebt heiße Games. Twitch.tv slash Newseule Und verpasst natürlich auch nicht die nächste Folge voll verpeilt am 11.03.20 Uhr. Twitch.tv slash Newseule